so hallo und herzlich willkommen zu einem ganz ganz kleinen video ich habe gerade so eine ehrungskapsel bekommen und wollte mal gucken was drin ist und falls ihr das auch fragt das jetzt miterleben also es sollen schlüssellose kapseln schlüsselfragmente championsplitter und exklusive ehrenskins drin sein mal gucken was da jetzt so raus super master je und zwei schlüsseragmente na gut erweitern wir das ganze noch mal kurz um eine kiste na immerhin ja in dem sinne hat sich also nicht so richtig gelohnt schönen tag noch und tschüss so 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 so